Das ist das befriedigendste Video auf der ganzen Welt. Du musst es unbedingt vom Schlafen anschauen. Du wirst davon einschlafen. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, Leute, was wir jetzt hier sehen werden. Und oh mein Gott, er drückt jetzt gerade wirklich den letzten Rest raus, Leute. Und so hat er jetzt richtig viel noch... Oh mein Gott. So ein Glasreiniger ist ja mal voll clever, Leute. Oha. Oh, okay. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, Leute. Mal gucken, ob wir heute einschlafen werden. Ey, der haut ja richtig hier. Was war das? Eine große Kokosnuss? Oh mein Gott. Oh, das ist so angenehm. Das ist so angenehm, Freunde. Oh, so schön zu sehen. Oh, was macht er denn jetzt? Er faltet sein Messer. Warum auch immer, Leute. Und ja, schön rummachen. Wow. Yo, das Netz. Und was fängt er jetzt damit? Fängt er damit jetzt Insekten? Oder was soll er damit fangen? So, dass wir schön die ganzen Steine jetzt hier reinmachen. So muss es sein. Leute, so muss es sein. Jetzt guck mal. Alter. Eww. Oha. Oh. Richtig clean. Komm, alles voll machen. Auch die Blätter, ne? Oh ja. Alles abschneiden. Oh, das ist so angenehm. Auch die Musik ist so angenehm, Freunde. So richtig angenehme Musik. So muss es sein, Leute. Zum Einschlafen. So muss es sein. Okay. Hier so schön mal die iPhone-Hüllen draufgepackt. Oh mein Gott. Wie jetzt gerade alles reinmacht jetzt hier in die Schüssel, ne? Ho. Die werden da richtig voll gefüllt. Oh, was soll das jetzt sein? Irgendwelche. Hä? Keine Ahnung, was das gerade ist. Aber sehr, sehr wild, Leute. Oh. Oh ja. Die Bananen. Die Bananen. Die sind doch voll grün. Oh, gar nicht frisch. Aber so klein. Oh. Ja. Komm. Mach das Holz. Oh. Mach das Holz gerade. Oh. Wo sind die Überreste? Frage ich nicht. Wo bleiben die, Freunde? Wo bleiben die einfach? Und jetzt hier. Ey. Der macht so einen kompletten. Die Solarpanels. Ich glaube, ist es sauber oder so, ne? Oder werden die mit so einer Flüssigkeit draufgemacht? Und jetzt hier schön. Das Epoxidharz. Holz im Holz Tisch. Schön trocken machen, glaube ich, jetzt gerade hier. Oh mein Gott. Das sieht so gut aus, ne? Das sieht so gut aus, Leute. Schön hier rüber gehen. Oh. Was sind das? Hä? Warum haut der denn wirklich schon gerade die Nägel da so ordentlich rein? Sieht da richtig krass aus. Alter. Die Schokolade. Ey. Ich würde die gerade so gerne essen. Ich würde die gerade so gerne essen, Leute. Boah. Ich weiß auch nicht. Bei den ganzen Videos, wo man halt einschlafen soll. Ich habe da so Hunger. Ich habe da so Hunger, Leute. Komm, jetzt schneid ihr das Holz gut weg. Auch jetzt hier die goldenen. Jawohl. Oh mein Gott. Okay. Auch wieder so. Boah. Ja gut. Man kann auf jeden Fall. Boah. Ja. Man kann natürlich hier schön viel am Fuß und an der Haut und so abmachen. Ey. War das eklig, Freunde. Okay. Jetzt hier schön den Apfel. Alter. Oh mein Gott. Wie clean sieht das aus? Was? Und jetzt hier. Zack. Oh. Und das kann er, das glaube ich. Wie geil. Ich würde es so gerne selber machen. Mit dem Bagger einfach rumspielen und den kompletten Rasen kaputt machen, Leute. Das wäre so toll, wenn das gehen würde. Oh, jetzt guck mal genau hier. Oh, was? Was? Wie er hier die ganzen Kabel da rumdreht. Das muss so ein krasser Job sein, Freunde. Guck mal, er steht da ja einfach mitten unterm Abgrund, ne? Oh. Ja. Oh, da schmilzt. Die Zuckerwatte, die schmilzt. Und... Kennt ihr dieses eine Video, wo dieser Waschbär seine Zuckerwatte waschen wollte? Und dann einfach die Zuckerwatte verschwindet und sich auflöst? Nein. Oh mein Gott. Warum ist er mit seinen Händen da so nah dran? Das macht mich mehr nervös, Leute. Oh ja. Schön die Dinger reinmachen. So muss es sein. So muss es sein, Leute. Und bam. 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 Und bam. Und bam. Zack. Heavy. Und jawohl. Alle aufwärts hier. Oh mein Gott. Sind das so Kupferteile? Oder soll das sein? Warum sind Maschinerweiten so angenehm, Leute? Auch jetzt hier. Guck mal, wie das verkupfert wird. Mit dem Kupferdraht. Yo. Das ist ja so wild. Das ist so wild. Alter. Das ist richtig krass, Freunde. Oh mein Gott. Ja, die ganzen Pflanzen. Oh, wie der Baum. Wie der Baum gespalten wird. Alter, Freunde. Holy moly. Das sieht ja mal so angenehm aus. Oh, pop, 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 pop. Ey, was? Wie das alles? So entstehen, glaube ich, die Muttern. Okay. Jetzt macht sie das hier alles rein. Und? Es ist ja... Sie sind ja alle perfekt lang, ne? Krass. Oh mein Gott. Heil die... Ach so, das sind Bananen, ne? Lol. Oh, die sehen jetzt so köstlich aus. Ich glaube, wenn man so eine Banane richtig frisch pflückt. Die muss so lecker sein, Leute. Okay, was machen wir jetzt hier für ein cooles Symbol? Sieht auch gut aus. Und oh, das Eis. Jawohl, das Eis. Und direkt in den nächsten Bild da rein. Und jetzt hier per Augenmaß die perfekten Scheiben, Leute. Ich weiß noch nicht, was es sein soll. Aber es sieht lecker aus. Es sieht sehr, sehr lecker aus, Leute. Okay, jetzt hier. Ey, das ist ja übertrieben angenehm. Sehr, sehr angenehm, Freunde. Jo. Und jetzt hier, guck mal, alles zusammen. Oh. Oh. Ja. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht. Aber es sieht cool aus. Komm, ein bisschen hier mit der Schere. Schadet nicht. Jetzt hier alles zerschneiden. So muss das. Okay, zerschneiden, zerschneiden. Und, was sind das für Kekse? Hä? Sind, glaube ich, so kleine. Oh mein Gott. Der macht hier jetzt. Ah, der macht den Bierdeckel rauf. Aber das schäumt ja vor richtig doll, ne? Alter. Oh mein Gott. Was macht der denn jetzt? Hä? Oh. Ach, der macht. Ah, das ist so ein Stempel, glaube ich, für die Unterhosen. Oder T-Shirts. Also so beiden. Das wären das. Ah, jetzt wird hier, glaube ich, Rost entfernt, glaube ich, ne? Genau. Rost wird jetzt hier so weggesprüht. Yo. Sieht ja richtig krass aus. Oh. Schön die großen Schablonen. Alles. Der Rest wird jetzt auf jeden Fall gleich wiederverwertet. Ja. Aber die Schablonen sind fertig. Und was soll das jetzt sein? Der sieht so angenehm aus. Oh. Und es schneidet genau. Schneidet nochmal so. Ja. Und ja, schneidet alles weg. Ha. Schneidet alles weg. Alles weg, was sein muss. Ey, sehr krass. Oh mein Gott. Zementarbeit. Ähm. Ach, der macht jetzt so Steine, ne? Mit sogar Symbolen. Das heißt, hier ist schon schön wieder, bumm, reinklatschen. Und den Rest kann er sich wieder abziehen. Oh. Oh. Cupcakes oder so werden daraus, glaube ich, gemacht, ne? Ey, was. Wie angenehm, Freunde. So, komm, mach die Stöcke rein. Mhm. Und dann hat er jetzt, glaube ich, irgendwie so einen Stuhl. Oder so einen Tisch. Ich weiß gerade auch nicht. Okay. Ich werde schon langsam ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich werde schon ein bisschen schläfrig. Aber das liegt auch daran, weil wir gerade vier Uhr nachts haben. Aber ich werde trotzdem schläfrig, ne? So, jetzt komm, alles wegschneiden. Oh, ja. Und zack, weggeschnitten. Oh. Und zack, rauf hier, Alter. Oha. Oh mein Gott. Das sieht so angenehm aus. Oh, so beruhigend. Leute, das ist so beruhigend, ne? Oh, wie die Bälde da abgeschnitten werden. Alter, was ist denn jetzt hier? Der malt da so einen richtig dicken Strich. So einen extrem dicken Strich. Und dann macht er ihn sogar noch fertig. Und jetzt, oh mein Gott. Heb den Eimer hoch, bitte. Heb ihn hoch, den Eimer. Ja. Okay, was soll das jetzt sein? So eine Schnee-Wegschieb-Maschine. Das heißt, das entfernt einfach den Schnee zur Seite. Was auf jeden Fall echt praktisch ist, ne? Oh, ich schlaf gleich ein. Das Video ist so gut. Ich schlaf hier wirklich gleich ein. Die Bäume, äh, die Bananen. Und was soll das jetzt sein gerade? Hä? Oha, der Schaum. Und die Pflanze. Hä, die hört ja gar nicht mehr auf, aufzugehen. Was? Als würde man einfach Alufolie entpacken. Und das ist einfach kein Kern. Oh, Gelee-Blöcke. Gelee-Blöcke, Freunde. Das ist so gut. Ey, die Gelee-Blöcke sind echt so gut. Immer mehr davon. Hau sie alle kaputt. Oh, wie er das abzieht. Clean. Oh. Oh mein Gott. Seife. Das ist also wie immer von dem Video gewesen sein, Freunde. Einfach eingeschlafen. Ich glaub's ja nicht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen möchtet. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Aus der Reihen bis morgen. Ciao, ciao.